Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Facebook-Fans, wir sind hier im Backstage-Bereich von einem der grössten und längsten Partys im Sendegebiet. Dieses Wochenende startet nämlich wieder das Seetaler Barfestival. Und um was es an dieser Party geht, das zeigen wir euch jetzt in einer kurzen Zusammenfassung, was hier letztes Jahr abgegangen ist. Viel Spass! Auf der Tanzfächer schrieg, schwitzende Menschen bei Bass-Therapie. Wir machen Strobopathie! Na 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 na! Strobopath, Strobopath, na 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 na! Strobopath, Strobopath, na 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 na! Strobopath, Strobopath, na 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 na! Wir sind Strobopath! Alkobopper, Strobopopper, Arzen sind viel, viel beklopper. Flacker, Flacker, Arzen macht euch flacker, locker, locker. Blitze in der Disco, viele schwitzen, ist so oben ohne. Ich kenne die Dame nackt, die sagte zack die Bohne. Party machen, nicht abkacken, weiter lachen, schnell aufwachen, weiter zappeln, weiter zappeln. Lasst uns heut den Club abfackeln, wegen die Partys Strobopop. Heute wird extremen Rock wir steigern. Jetzt habt ihr gesehen, was letztes Jahr abgegangen ist. Und was euch dieses Jahr erwartet, das seht ihr jetzt. So, und natürlich könnt ihr auch wie immer bei 4UTV auch diesmal wieder Tickets gewinnen. Wie? Das findet ihr im Facebook, der Link ist jetzt unten eingeblendet. Und das wäre es auch schon gewesen mit diesem kleinen Preview, was euch erwartet. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag hier in der Zanorla Halle in Hochdorf. Bis dann und tschüss.